Brooklyn Beckham und Nicola Pelz heiraten nach der Verlobung vor fast zwei Jahren am 9. April. Das ist über die Hochzeit schon bekannt. Brooklyn Beckham, 23, und Nicola Pelz, 27, werden noch in diesem Monat gemeinsam vor den Traualtar treten. Laut Mirror sind schon einige Details zur Hochzeit bekannt, die am 9. April 2022 stattfinden soll. Brooklyn Beckham und Nicola Pelz feiern im großen Stil. Der aufstrebende Fotograf und Koch hat der Schauspielerin bereits im Juni 2020 die Frage gestellt. Zu der Feier von Victoria, 47, und David Beckhams, 46, ältestem Sohn zählt eine prominente Gästeliste, Designerkleider und eine besondere Hochzeitslocation. Gästeliste, der Sohn prominenter Eltern und die Tochter eines Milliardärs, das bedeutet eine Hochzeit voller berühmter Gäste. So ist unter anderem mit dem Starkoch Gordon Ramsay, 55, und seinem Sohn Jack Ramsay, 22, der gut mit dem Bräutigam befreundet ist, zu rechnen. Außerdem werden die ehemaligen Spice Girls Band-Kolleginnen von Victoria erwartet. Auch ihre beste Freundin Eva Longoria, 47, kommt zur Hochzeit. Brooklins Taufpate Elton John, 75, kann die Hochzeit wiederum nicht besuchen, da er derzeit auf Tour ist, Location. Die geladenen Gäste reisen für die Hochzeit nach Florida. Das Paar lebt zwar derzeit in Hollywood, doch der Brautvater Nelson Pelz, 79, besitzt ein beeindruckendes Anwesen im Sonnenstaat. Das Ja-Wort geben sich die beiden demnach in dem Herrenhaus mit 27 Schlafzimmern und einem malerischen Blick auf das Meer, die perfekte Kulisse für die Promi-Hochzeit des Jahres, Regeln. Die Einladung zur Hochzeit hat allerdings auch einen Hacken. Die Gäste der aufwendigen Veranstaltung müssen sich an einige strenge Regeln halten. Diese seien dazu angewiesen, keine Fotos zu machen. Außerdem sei die Nutzung sozialer Medien den ganzen Tag über verboten. Der Grund dafür sei angeblich die Vogue. Diese habe sich die exklusiven Rechte an den ersten Bildern der Braut und des Bräutigams gesichert.